Hallo liebe Rouge-Community, mein Name ist Superman X, ich bin der Höllenhund von CB7, betreibe ich YouTube auf Griefer Games und ja, that's me. Hi Dobi, du hast aktuell den YouTuber-Rang auf Griefer Games und arbeitest mit aktuell 11.800 Abonnenten, sehr entschlossen daran, die 12.500 zu knacken und damit hoffentlich auch den YouTuber-Rang zu erreichen. Was hat dich vor knapp einem Jahr dazu bewegt, mit YouTube überhaupt anzufangen und warum ausgerechnet auf Griefer Games? Ja, ein bisschen mehr als ein Jahr mache ich das ja schon. Am 10.06. letzten Jahres habe ich damit angefangen. Ich hatte damals einen Buddy, der war im Team und der hat auch YouTube gemacht und da habe ich dann hier und da mal mitgemacht, habe hier und da mal ein Video für den geplant. Irgendwann kamen dann halt die Leute und haben gesagt, warum machst du nicht selbst einen Kanal und fängst nicht selbst an und dann kamen Formate, dann hatte ich noch einen anderen Buddy, dann hatten wir schon bevor YouTube anfing, das Format Bares Ferraris geplant, ein paar andere Sachen und so fingen die Livestreams und die Videos dann irgendwann an. Firefly91 wüsste gerne, ist das Streamen für dich auch heute immer noch ein Hobby oder eher schon eine Art Pflicht geworden? Das ist eine sehr gute Frage. Streamen ist natürlich nach wie vor ein Hobby für mich, ein gewisser Pflichtanteil ist da aber trotzdem da. Ich betreibe das Ganze natürlich mittlerweile ein bisschen ernsthafter und auch regelmäßig, versuche neue Sachen zu schaffen, neuen Content zu kreieren und ja, doch ab und zu fühle ich mich dazu auch schon verpflichtet, nochmal irgendwas Neues zu bringen. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage gewesen. Wenn du deine frühen Streams und Videos mit den heutigen vergleichst, was stellst du selbst dabei fest und was würdest du mit deiner heutigen Erfahrung gegebenenfalls anders machen? Ja gut, man stellt natürlich fest, dass die Einstellungen in OBS, dass die Qualität, dass das Overlay alles noch nicht optimal war. Da lernt man natürlich mit der Zeit dazu, bekommt auch teilweise bessere Hardware, das kann man sich ermöglichen und wenn ich mir das angucke, ich schäme mich dafür nichts, es war alles ein guter Anfang und es hat sich konstant halt immer ein bisschen gebessert, je nachdem, was die Hardware hergegeben hat. Ja, anders machen könnte ich eigentlich gar nicht so viel, weil ich damals nicht die Möglichkeiten dafür hatte. Dadaki-de würde gerne wissen, was kostet eine vernünftige Ausstattung, um Streams oder Videos produzieren zu können und kannst du von deinen Einnahmen schon leben? Eine vernünftige Ausstattung, wenn man Minecraft streamen will, das Ganze mit zwei Bildschirmen betreibt, einen vernünftigen PC dafür braucht, ein Mikrofon, denke ich mal, dass da am Anfang mit 2000 Euro dir was halbwegs Vernünftiges da hinstellen kannst. Wenn man den Sparfuchs macht und sich mit weniger Zufrieden gibt, dann kann man natürlich auch schon für 1000 Euro streamen, ist halt die Frage, wie dann die Qualität der Streams von der Optik halt und vom Klang ist. Ob ich davon leben kann? Es gibt Monate, wo es wahrscheinlich durchaus ausreichen wird und es gibt Monate, die laufen nicht so gut. Da das Ganze noch keine Konstante ist, kann ich mich nicht nur darauf verlassen. Ich bin hauptberuflich immer noch Student und habe theoretisch gesehen einen Nebenjob, den ich aktuell wegen Corona aber nicht ausüben kann. Werde ich aber wieder mit anfangen, sobald die Gegebenheiten der Umwelt das wieder zulassen. Was ist in deinen Augen wichtiger? Eine gute Ausstattung, Hard- und Software oder der Content, den man abliefert? Das ist eine Mischung aus beidem. Du kannst den besten Content haben. Wenn aber alles verpixelt und rauscht, dann ist der gute Content nicht gut. Man muss einen Kompromiss aus Hardware finden, damit das Ganze anschaubar ist. Und dann ist der gute Content natürlich überwiegend. Content punktet immer vor einem teuren Mikrofon, sagen wir es mal so. Worin denkst du, Gobi, liegt dein Erfolgsgeheimnis, dein persönliches? Ich denke mal einfach, ich versuche ehrlich zu sein, ich versuche ich zu sein. Ich versuche authentisch coolen Content zu machen und einfach eine Community aufzubauen, mit der man Spaß auf Griefer Games haben kann. Basic Erfolgsgeheimnis ist halt einfach Griefer Games, weil ich muss da einen riesen Dank sagen an Abgrund an den Server, weil ohne Griefer Games würde man es als so kleiner Streamer nicht so schnell schaffen, eine Community und Reichweite aufzubauen. Ich verstehe die Seiten, die dagegen rumhaten und die das nicht gut finden. Wenn man das aus der Sicht des kleineren YouTubers sieht, dann ist Verlosungen und dann sind Streambosse wenige Möglichkeiten, mit denen man Reichweite und vielleicht auch ein bisschen Geld generieren kann. Wenn man das Ganze von der Sicht von einem Teamler sieht, der das vielleicht nicht so gut findet, dann ist es einfach, das klein zu reden oder schlecht zu reden, da ein Teamler oftmals noch andere Sonderrechte hat. Manche können Admin-Ränder bauen, manche können Plots überschreiben und sonstige Services bieten, die den Stream interessant machen. Wenn man als kleinerer Streamer sein Content irgendwie sich selbst finanzieren und gestalten muss, dann ist es auf Griefer Games leider mittlerweile so, dass je mehr du verlost, je größer das Event ist, je mehr Zuschauer hast du. Das sieht man bei 99% der Events, von Spielern selbst gemacht, dass einfach je mehr verlost wird, desto mehr Leute sind da, desto mehr Abos macht man. Und jeder streamt natürlich lieber vor 300 Leuten als vor 30. Und solange das halt so ist, wird sich daran auch nicht viel ändern und guter Content geht dabei oftmals leider unter. Ich finde das selbst nicht gut. Ich versuche das selbst in einem Rahmen zu halten. Ich versuche normale Streams zu machen und auch ein-, zweimal im Monat ein Event anzubieten. Das Ganze entwickelt sich gerade aber auf Griefer Games in eine Richtung, da immer mehr und mehr Leute mit YouTube anfangen und immer mehr und mehr Leute denken, sie können da einfach alles raushauen und es wird halt auch alles rausgehauen, entwickelt sich das halt in eine nicht so positive Richtung insgesamt. Schön, dass du die Vorteile von Tim Lang gerade angesprochen hast. Denn Mr. Melone möchte gerne wissen, welche Vorteile bringen dir die YouTuber und die YouTuber-Plus-Ränge im Spiel? Und hast du allein schon als YouTuber auch ohne Rang schon Vorteile in-Game? Also als YouTuber ohne YouTuber-Rang hast du vielleicht die Vorteile, dass dir vielleicht ein bisschen besser vertraut wird, wenn du dementsprechend nett bist, dementsprechend bekannt wirst und die Leute einfach wissen, das ist ein netter Typ, der scammt nicht. Dann hast du vielleicht den Vorteil, dass der MyFirst gegeben wird bei Trades. Der YouTuber-Rang an und für sich, der bringt dir außer dem Präfix und ein paar Team-Speak-Rechten keine wirklichen Vorteile, außer die Schildrechte, dass wir diese Schilder an die Plotränder schreiben können. Das ist auch ein Recht, dass der YouTuber-Plus-Rang hat und der YouTuber-Plus-Rang bringt einem dann auch erst richtige Vorteile. Dauerfly, Dauer-Vanish, wenn man das möchte und Aura. Zudem gibt es dann noch ein paar andere Perks quasi, die einem dann zugesprochen werden. Also YouTuber-Plus-Rang bringt einem dann schon echt coole Vorteile, die man auch für Videos nutzen kann, weil mit Vanish und Dauerfly kann man natürlich ganz andere Trolling-Challenges machen und neuen Content kreieren. Woher nimmst du die Inspiration für deine Formate und wie erkennst du, dass es Zeit wird, einen Content zu verändern? Die Inspiration nehme ich teilweise aus der Community, teilweise aus meinen eigenen Gedanken. Die Leute sagen natürlich, was sie sich wünschen würden. Man kann gucken, was würde gut ankommen, was die Leute in die Chats auch schreiben, was cool wäre. Man guckt natürlich auch mal bei anderen Streamern vorbei, was machen die so. Ich versuche nie, etwas direkt zu kopieren. Allerdings trotzdem nimmt man sich unterbewusst eine Inspiration, wenn man irgendwo was Cooles sieht, ob man das nicht auf seine eigenen Formate irgendwie ummünzen kann. Wenn Content irgendwann nicht mehr so gut läuft, wenn es zum Beispiel viele Dislikes gab, obwohl das nicht wirklich erklärlich ist, wenn es wenig Zuschauer sind oder einfach die Leute auch sagen, hm, das hat mir jetzt nicht gefallen, ich gehe lieber was anderes machen, dann merkt man natürlich auch, dass man vielleicht mal ein neues Format braucht oder dass das Format, was man gerade gemacht hat, einfach nicht gut ankam. Da muss man natürlich immer gucken. Es gibt immer ein paar, die schreien am lautesten. Im Endeffekt geht es ja darum, dass man Abwechslung bietet. Manchmal ist es natürlich nur für die ältere Zielgruppe interessant, manchmal nur für die jüngere. Zum Beispiel so die Bad Wars Streams, das gucken eher die jüngeren Leute und wiederum andere Quizformate. Das ist oftmals vielleicht für ältere Leute interessanter, weil dort ein gewisses Allgemeinwissen abgefragt wird. Aber YouTube bietet einem ja mit der Like- und Dislike-Funktion und anhand der Zuschauerzahlen ein ganz gutes Feedback darauf. Was sollte jemand, der YouTube machen möchte, an Fähigkeiten mitbringen und wem redest du einfach grundsätzlich davon ab? Man muss es wollen, man muss wissen, was man bei YouTube machen möchte, mit welchem Konzept, mit welchem Content man die Leute begeistern möchte. Man muss wissen, wofür man das macht, ob man da wirklich nur aus Spaß einfach sein Spielerlebnis teilen möchte oder ob man ein Langzeitziel hat, damit auch Geld zu generieren im wirklichen Leben. Abraten kann ich davon niemanden. Jeder sollte das versuchen, wenn er denkt, dass es ihm Spaß macht. Und wichtig ist auch einfach dabei, Spaß zu haben und das Ganze nicht auf Zwang oder verkrampft zu machen. Wenn man dabei Spaß hat, dann kann man alles im Leben machen und alles erreichen. Ich würde den Leuten einfach raten, dass sie es ausprobieren, wenn sie sich da drin sehen und wenn sie das mal machen möchten. Wo ich die Zeit hernehme, frage ich mich manchmal auch. Da kommt dann entweder der Schlaf zu kurz oder manchmal auch andere Dinge. Ich versuche natürlich immer, mein virtuelles Leben in einer gewissen Relation zum Wirklichen zu halten und das Zeitpermium anzupassen. Da muss ich mich manchmal auch ein bisschen bremsen. Ich habe einen Hund, ich habe ein Studium. Ich versuche, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ansonsten, wo ich die Motivation hernehme aus den Leuten, würde ich sagen. Ich habe teilweise Freunde gefunden oder Freunde gehabt, die dann irgendwann gesagt haben, sie fangen an damit. Sie wollen mit YouTube beginnen, sie wollen irgendeinen Shop aufmachen. Die brauchen irgendwo bei Unterstützung. Und ich denke mal, dass ich eine relativ gute Menschenkenntnis habe und bis auf wenige Fehltritte in der Zeit gut erkennen kann, wenn das eine ehrliche Person ist, der man vielleicht helfen kann. Und die unterstütze ich dann auch gerne. Und wenn man ein bisschen was hat, dann kann man natürlich auch was abgeben. Und ich denke mal, das ist ein ganz gutes Mittelmaß, was ich da mache. Wie viele echte, so echte Real-Life-Freundschaften sind tatsächlich aus der Zeit bei Griefer Games und YouTube entstanden? Boah, das sind einige. Ich habe schon ein Dutzend Leute, die ich auf Griefer Games kennengelernt habe, im Real-Life getroffen und mich auch bislang mit jedem davon verstanden. Und vielleicht sind es auch zwei Dutzend. Ich habe schon ganz viele Leute aus meinem Clan getroffen. Ich habe über YouTube, haben natürlich die Leute auch teilweise rausgehört, wo ich wohne. Oder ich habe es halt auch gesagt, wo ich wohne. Und die haben gesagt, hey, ich wohne in der Nähe. Und mittlerweile sind auch drei Leute, die wirklich ganz nah bei mir um die Ecke wohnen, bei mir im Clan. Mit denen treffe ich mich aktuell fast wöchentlich zum Essen gehen. Oder die kommen bei mir zum Grillen vorbei. Das sind ein, zwei Dutzend Freundschaften. Das kann ich gar nicht so schnell aufzählen. Das sind schon viele Leute, die ich dadurch kennengelernt habe. Also würdest du sagen, Griefer Games und auch das YouTube-Machen war letztlich auch eine Bereicherung für dein Privatleben? Ja, auf jeden Fall. Wir wechseln ein bisschen das Genre der Fragen. Und es kommt auch gar nicht mehr viel. Aber wenn du eine Sache auf Griefer Games aus dem Regelwerk entfernen und dafür eine andere ergänzen dürftest, welche wären das? Ich finde, ich spiele hier nicht nur, weil das irgendwie der größte Server ist, sondern weil das auch der Server ist, der mir am meisten zusagt. Und ich finde, das Team macht das wirklich super. Bantua kümmert sich da extrem gut um die ganzen Sachen im Forum und um die Regeln. Und ich wüsste jetzt nichts, was mich so stört, dass ich es entfernen und ersetzen würde. Was möchtest du unseren Zuschauern gerne noch mit auf den Weg geben zum Abschluss? Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beim Interview zugeschaut habt. Danke an Rouge für die Einladung. War wirklich sehr interessant. Es war, glaube ich, erst mein zweites, drittes Interview, was ich so in dem ganzen Jahr gemacht habe. Da habe ich mich nie so oft zugestellt. Ich hoffe, auch wenn ich manche Sachen vielleicht so ausgedrückt habe, dass das für euch manchmal irgendwie so wirkt, ist der jetzt abgehoben oder sonst was, dass ihr das einfach nochmal hinterfragt, dass ihr das auf euch einrieseln lasst und dass ihr vielleicht auch versteht, was ich damit sagen möchte. Rouge ist ein klasse Typ. Lasst dem gerne ein Abo, dann einen Daumen nach oben. Ich habe den vor längerer Zeit kennengelernt jetzt und ist echt ein guter Freund geworden, der Rouge. Den habe ich zum Beispiel auch im Relive jetzt kennengelernt. Und ja, supportet den weiterhin. Bleibt hier aktiv auf seinem Kanal. Und ja, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. 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 . Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020